Heute möchte ich mein Versprechen einlösen. In der letzten Eilmeldung versprach ich euch, sobald ich nähere Infos habe, werde ich diese mit euch teilen. Genau dies mache ich jetzt in diesem Video. Es ist absolut spannend, was der Vatikan sich da einfallen hat lassen. Nach dem Intro geht's los. Am Donnerstag hat der Vatikan zum ersten Mal seit 1978 eine Pressekonferenz über Geistererscheinungen und andere paranormale Phänomene abgehalten. Die Medien schreiben, dass der Vatikan neue Richtlinien über außerirdische und mögliche zukünftige Begegnungen mit Außerirdischen herausgegeben hat. Rechnet der Vatikan mit möglichen Begegnungen in der Zukunft? Was wissen sie? Und sagen es uns nicht. Interessante Fragen, denen wir versuchen, auf den Grund zu gehen. Später, denn lasst uns erst mal auf die Aussagen auf dieser ominösen Pressekonferenz schauen. Trotz vorheriger Medienspekulation geht es dabei aber nicht um UFOs, wie bei der Pressekonferenz am Freitag erklärt wurde. Der Vorsitzende des Glaubens-Dekasteriums, Kardinal Victor Manuel Fernandes erklärte zu Beginn der Pressekonferenz, die Normen, die wir heute vorstellen, sind Leitlinien, um eine Unterscheidung zu treffen, immer dann, wenn es in der christlichen Gemeinschaft Vorkommnisse gibt, die über das Gewöhnliche hinausgehen. Visionen, Erscheinungen, innere Eingebungen, Erscheinungen in Verbindung mit Bildnissen und weitere Phänomene, die der Heilige Geist hervorrufen kann, um die Gemeinschaft zu stimulieren und zu bereichern. In vielen Fällen könne der Ortsbischof das Ganze auch alleine klären und begleiten und es sei nicht nötig, das Glaubens-Dekasterium einzuschalten. Wenn es aber größere Kreise zieht, gelte es, nach den neuen Normen zu handeln. Gerade weil eine Übernatürlichkeitsfeststellung sehr gewichtig sei, denn sie bedeutet, dass etwas von Gott komme göttlichen Ursprungs sei, also übernatürlich sei eine Einschätzung nicht immer einfach. Die Lage sei komplex und man müsse da schon sehr sicher sein, machte Kardinal Fernandes klar. Oft vermischen sich mögliche echte Handlungen des Heiligen Geistes mit menschlichen Bedürfnissen, Wünschen oder Fantasien. Es kommt auch vor, dass in einer konkreten Situation nicht immer alles schwarz oder weiß ist. Oft vermischen sich mögliche echte Handlungen des Heiligen Geistes mit menschlichen Bedürfnissen, Wünschen oder Fantasien. In jedem Fall muss man gut unterscheiden, bereinigen von dem, was verwirrt und das bewahren, was gut ist und gut tut. Daher gibt es in den Normen auch noch all jenes, was zwischen dem Nihil-Obstat und der Erklärung der Nicht-Übernatürlichkeit liegt. Der Präfekt des Glaubensdekasteriums bezog sich auch auf Papst Benedikt. Wenn nach den neuen Normen für Nihil-Obstat entschieden werde, bedeutet das lediglich, wie Papst Benedikt bereits erläuterte, dass es Gläubigen in Bezug auf dieses Phänomen gestattet ist, ihm in kluger Weise ihre Zustimmung zu schenken. Die Kirche hat bekräftigt, dass Gläubige nie gezwungen sind, solchen Phänomenen Glauben schenken zu müssen. Sie können nie gezwungen werden. Die Verkündigung gibt es schon. Das Wort Gottes enthält alles, was wir brauchen. So hat es Benedikt XVI. in Verbum Domini erklärt. Es sei daher wichtig, das Evangelium nie zu vergessen und stets zu unterscheiden. Im Umgang mit möglicherweise übernatürlichen Ereignissen mahnte der Präfekt des Glaubensdekasteriums auch zu großer Vorsicht. Unter Verweis auf Artikel 15 des Dokuments, der die negativen Kriterien auflistet, erinnerte er explizit an die Gefahr von Manipulationen und persönlichen Interessen. Artikel 15.4 spricht von offensichtlichem Streben nach Profit, Macht, Ruhm, gesellschaftlicher Anerkennung, persönlichen Interessen. Und der folgende Artikel 16 sagt, die Verwendung behaupteter übernatürlicher Erfahrungen oder anerkannter mystischer Elemente als Mittel oder Vorwand, Verwendung behaupteter übernatürlicher Erfahrungen oder anerkannter mystischer Elemente als Mittel oder Vorwand, um Menschen zu beherrschen oder Missbrauch zu begehen, ist als moralisch besonders schwerwiegend anzusehen. Auf die Frage, welche Strafen es kirchenrechtlich geben kann, wenn solche Fälle festgestellt werden, antwortete Fernandes, alles müsse immer gut geprüft werden und dann entsprechend dem Kirchenrecht und dem kirchlichen Strafrecht gehandelt werden. In Extremfällen könne am Ende auch eine Exkommunikation stehen. Man werde aber immer zuerst versuchen, als im Dialog mit den Betroffenen zu klären. Was ist mit Medjugorje? Mit Blick auf vergangene Fälle oder ausstehende Entscheidungen sagte Glaubenspräfekt Fernandes, alle bisherigen Entscheidungen blieben weiter gültig, sofern dazu nicht neue Erkenntnisse oder Anfragen vorgebracht würden. Mit Blick auf Medjugorje zeigt er sich zuversichtlich, dass es dank der neuen Normen wahrscheinlich leichter sein werde, zu einer Entscheidung zu kommen. Er habe aber nicht alles Material dazu gesehen. Wir werden sehen. In Medjugorje, Bosnien und Herzegowina berichten seit 1981 sechs Jugendliche, die damals zwischen 10 und 16 Jahren alt waren, von Marienerscheinungen. Diese Erscheinungen sollen bis heute andauern und mehrere Millionen Pilger haben den Ort bereits besucht. Die Kirche hat die Ereignisse in Medjugorje bisher weder offiziell anerkannt noch verurteilt. Es gibt eine päpstliche Untersuchungskommission, die die Erscheinungen seit 2010 prüft. Papst Franziskus hat 2019 Wallfahrten nach Medjugorje offiziell erlaubt, allerdings ohne die Echtheit der Erscheinungen zu bestätigen. Der heilige Stuhl hat die angeblichen Marienerscheinungen in Medjugorje bisher nicht als echt anerkannt. Papst Franziskus ließ aber seelsorgliche Strukturen für die Pilgerströme nach Medjugorje ausbauen. Fernandes sagte bei der Pressekonferenz auch, dass es gar nicht immer eine Übernatürlichkeitserklärung brauche. In Fällen wie Lourdes, Fatima oder Guadalupe war der enorme Zulauf nicht von einer Übernatürlichkeitserklärung abhängig. Der Text hält einige Neuerungen bereit. So werden künftig schnellere Stellungnahmen zum Bereich der Volksfrömmigkeit möglich sein. Andererseits wird die kirchliche Autorität in der Regel die Übernatürlichkeit eines Phänomens nicht mehr offiziell erklären. Eine weitere Neuerung, die ausdrücklichere Einbeziehung des Dikasteriums für die Glaubenslehre. Es muss künftig die endgültige Entscheidung des Bischofs genehmigen und bekommt zudem die Befugnis, jederzeit auf eigene Initiative motu proprio einzugreifen. In vielen Fällen der letzten Jahrzehnte, in denen sich einzelne Bischöfe geäußert haben, war das frühere heilige Offizium durchaus involviert, aber fast immer hinter den Kulissen. Die ausdrückliche Einbeziehung des Dikasteriums liegt auch in der Schwierigkeit begründet, auf rein lokaler Ebene mit Phänomenen umzugehen, die in einigen Fällen nationale oder sogar globale Dimensionen erreichen. Das heute veröffentlichte Regelwerk weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Entscheidung, die eine Diözese betrifft, auch anderswo Auswirkungen hat. Dass der Vatikan sich zum Erstellen solcher Normen veranlasst sieht, hat mit gewissen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts zu tun. Da habe es Fälle gegeben, in denen der Ortsbischof sehr schnell die Übernatürlichkeit eines Phänomens erklärte, dass heilige Offizium dann aber zu anders akzentuierten Urteilen kam, oder Fälle, in denen sich zum selben Phänomen ein Bischof auf die eine Weise, sein Nachfolger hingegen auf die entgegengesetzte Weise äußerte. Ein weiterer Grund sind die langen Zeiträume, die nötig sind, um alle Elemente zu bewerten und zu einer Entscheidung über die Übernatürlichkeit oder Nichtnatürlichkeit eines Phänomens zu gelangen. Zeiträume, die manchmal mit der Dringlichkeit kollidieren, pastorale Antworten zum Wohle der Gläubigen zu geben. In einer Hinführung erläutert Kardinalpräfekt Victor Manuel Fernandes, oft haben diese Ereignisse einen großen Reichtum an geistlichen Früchten, an Wachstum im Glauben, an Frömmigkeit und Geschwisterlichkeit und Dienstbereitschaft hervorgebracht. Und in einigen Fällen sind dadurch verschiedene Wallfahrtsorte über die ganze Welt verstreut entstanden, die heute zu einem Kernteil der Volksfrömmigkeit vieler Völker geworden sind. Aber andererseits könnten in einigen Fällen von Ereignissen, die mutmaßlichen übernatürlichen Ursprungs sind, sehr ernste Probleme zum Schaden der Gläubigen auftreten. Etwa wenn solche mutmaßlichen Phänomene zur Erlangung von Profit, Macht, Ruhm, sozialer Berühmtheit, persönlichen Interessen dienten. Oder sogar als Mittel oder Vorwand, um Menschen zu beherrschen oder Missbrauch zu begehen. Außerdem könne es bei solchen Ereignissen zu Irrtümern in der Glaubenslehre, zu einer unangemessenen Verkürzung der Botschaft des Evangeliums, zur Verbreitung eines sektiererischen Geistes und so weiter kommen. Nicht zuletzt warnt Kardinal Fernandes in diesem Zusammenhang vor der Gefahr, dass die Gläubigen in den Bann eines einer göttlichen Initiative zugeschrieben Ereignisses geraten, das in Wirklichkeit auf Fantasie beruht, auf Mythomanie. Das Dokument aus dem Vatikan stellt klar, dass auf ordentlichem Wege keine positive Anerkennung des göttlichen Ursprungs mutmaßlicher übernatürlicher Phänomene durch die kirchliche Autorität zu erwarten ist. Daher werden weder der Diözesanbischof noch die Bischofskonferenzen noch das Dikasterium in der Regel erklären, dass diese Phänomene übernatürlichen Ursprungs sind. Nur der Papst könne ein diesbezügliches Verfahren genehmigen. Das Regelwerk legt eine Liste von sechs möglichen Urteilen vor, die am Ende einer Untersuchung stehen können. Nihilobstat. Keine Gewissheit über die übernatürliche Echtheit, aber doch Anzeichen für ein Wirken des Heiligen Geistes. Prae oculis habeatur. Wichtige positive Zeichen, aber auch Elemente der Verwirrung oder mögliche Risiken, die eine sorgfältige Entscheidung und Dialog mit den Empfängern z.B. Sehern bestimmter geistlicher Erfahrungen erfordern. Kuratur. Kritische Elemente, aber eine weite Verbreitung des Phänomens mit nachweisbaren geistlichen Früchten. Von einem Verbot, das die Gläubigen verwirren könnte, wird abgeraten, aber der Bischof wird aufgefordert, das Phänomen nicht zu fördern. Submandato. Kritische Punkte, die sich nicht auf das Phänomen selbst beziehen, sondern auf den Missbrauch durch Einzelne oder Gruppen. Der heilige Stuhl betraut den Bischof oder einen Delegierten mit der pastoralen Leitung des Ortes. Prohibitur et Obstruatur. Trotz einiger positiver Elemente sind die kritischen Aspekte und Risiken schwerwiegend. Der Bischof soll öffentlich erklären, dass das Festhalten an diesem Phänomen nicht zulässig ist. Deklaratio de non supernaturalitate. Der Bischof wird ermächtigt, auf der Grundlage konkreter Beweise zu erklären, dass das Phänomen nicht als übernatürlich zu betrachten ist. Hier endet die Pressekonferenz. Was wir jetzt jedoch wissen. Nun ist es also amtlich, die Macht der Ortsbischöfe, aber auch der Mitglieder des Vatikans, wurde massiv beschnitten. Eine Erklärung über die Übernatürlichkeit eines Phänomens obliegt ausschließlich dem Papst, das heißt, Zitat, die Möglichkeit, mit moralischer Gewissheit zu behaupten, dass es auf eine Entscheidung Gottes zurückgeht, kann nur noch ein einziger bestimmen, der Papst. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Dass unser jetziger Pontivex kein Freund von Marienerscheinungen ist, ist hinlänglich bekannt. Darüber berichtete ich ja bereits im ersten Video zu diesem Thema. Aber was ist nun mit den Ufos, die im Vorfeld mit diesen Änderungen in Verbindung gebracht wurden? Der Vatikan hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer sehr bedeckt gehalten, wenn es um Ufos, Außerirdische und die Geheimnisse des Universums ging. Warum hat er sich nun entschlossen, offen über diese Themen zu sprechen? Im Februar 1978 gab der Vatikan zum letzten Mal Richtlinien über Erscheinungen heraus. Das sei notwendig, weil sich Nachrichten über angebliche Erscheinungen dank der sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreiteten, sagte Kardinal Fran Joseper damals. Was hat sich seither geändert? Der jetzige Papst scheint sich sehr für Außerirdische zu interessieren. Er hat angedeutet, dass er sich frei fühlen würde, Außerirdische zu taufen. Wenn sie ihn darum bitten würden. Meinte er das wirklich ernst? Mark Christopher Lee, der Regisseur des Dokumentarfilms God vs. Aliens, glaubt, dass der Vatikan uns auf den Tag vorbereiten will, an dem die Menschheit mit Außerirdischen in Kontakt treten wird. Laut Lee beweisen die neuen Richtlinien über Erscheinungen, dass der Vatikan weiß, dass Ufos mehr als nur physische Vehikel aus anderen Welten sind, sie paranormale Aspekte haben. Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass der Vatikan schon lange nach außerirdischem Leben sucht. In Rom befindet sich das Vatikanische Observatorium, und der Vatikan unterhält auch eine Forschungsgruppe an der Universität von Arizona in Tucson. In der Vergangenheit wurde bekannt, dass der Vatikan an die Existenz des Außerirdischen Lebens glaubt und beabsichtigt, eine positive Beziehung zu Außerirdischen aufzubauen, die mit der Menschheit in Kontakt treten. Der verstorbene Autor Tom Horn behauptete, der Vatikan wolle die Menschen in die Irre führen, indem er Außerirdische als Wesen bezeichne, die angeblich kommen, um uns zu retten oder zu erlösen. Der Kardinalspräfekt hatte am Ende der Pressekonferenz noch eine skurrile Anekdote parat, die die Gefahren, die die Kirche sieht, untermauern soll. Er erzählte, Zitat, Während seiner Zeit als Pfarrer habe eine Frau aus seiner Gemeinde ihm von einer Vision berichtet. Darin habe Gott ihr gesagt, dass sie die Mutter des neuen Messias sein werde und dass er, der Pfarrer, der Vater dieses wiederkehrenden Messias sein müsse. Sie können sich vorstellen, dass dies nicht der Doktrin der Kirche entsprach, bemerkte Fernandes unter dem Gelächter der Journalisten. Hier endet das Zitat. Bei meiner Recherche zu der Pressekonferenz bin ich auf sehr interessante Artikel gestoßen, die einen Zusammenhang der Kirche mit Außerirdischen offenbaren möchten. Da ich das Ganze zu interessant fand, um es in der Versenkung verschwinden zu lassen, wird es im Kürze noch einen weiteren Teil zu diesem Thema geben. Ich hoffe, ihr habt Interesse daran. So könnt ihr euch selbst ein Bild über die Aussagen machen. Ich finde es jedenfalls interessant, dass es wirklich eine Verbindung zwischen Ufos und dem Vatikan geben soll. Zu dem Ganzen gäbe es so einiges zu sagen, jedoch denke ich, wird dann mein Kanal durch YouTube gesperrt. Eins jedoch muss ich noch loswerden. In den verschiedensten Prophetien wird erwähnt, dass die katholische Kirche vom Glauben abweicht. Natürlich ist das nun meine Formulierung, jedoch läuft es darauf bei allen Sehern, die dies thematisieren, hinaus. Das eben Gehörte gibt ihnen meiner Meinung nach absolut Recht. Was ich euch vorgestellt habe, reicht als Ansporn, euch eine eigene Meinung zu bilden. Im Internet ist dazu noch einiges zu finden. In der nächsten Zeit werde ich euch weiteres dazu berichten. Nun bleibt mir nur noch, mich fürs Ansehen dieses Video zu bedanken und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert kostenlos diesen Kanal. Um kein Video mehr zu verpassen, aktiviert am besten die Glocke. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Mystinarium.